Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hardware-Test hier bei uns auf dem Kanal. Wir schauen uns heute mal eine neue Drohne an und das machen wir gleich nach einem kurzen Intro. So, also ich habe heute wieder Post gekriegt, das ist ein neues Modell, eine neue Drohne, die auch allerhand neue Funktionen mitbringen soll. Zumindest welche, die unsere andere Drohne, die wir ja schon mal auf dem Kanal hatten, noch nicht konnte. Hold Position, Gestensteuerung, Foto, Video. Hier ist übrigens ganz interessant, hier ist jetzt eine bessere Kamera drin, also eine 1080p Kamera. Bin ich gespannt drauf. Flips, klar, G-Sensor, Auto-Follow, sowas alles werden wir uns mal anschauen, ob das auch alles so funktioniert. So, hier sind dann nur ein paar Warnhinweise. Hier nochmal dann das Kameramodell markiert mit 1080p. 4K wäre natürlich auch interessant. Gut, wir schauen mal, was uns hier erwartet, was wir hier bekommen. Nehmen das hier einmal raus aus der Verpackung, wenn es dann rauskommt. Der Quadcopter. Okay, so, hier fällt schon mal was weg. Das ist die Anleitung dazu, Introduction. Und das Ganze ist hier auf Englisch. Noch irgendwo Deutsch hier. Sieht erstmal nicht so aus. Ist wirklich nur eine englische Anleitung. Okay. Gut. Interessant. Werden wir mal schauen, ob das ein verständliches Englisch ist, ob das einigermaßen geht. Wir gucken jetzt erstmal weiter, was wir hier noch haben. Aha. Also hier haben wir dann schon die Drohne. Ich kann mal einmal hier rausnehmen. Das ist das gute Stück. Hier hinten kommt der Akku rein. Der ist also auch rausnehmbar. Nicht so wie bei der anderen Drohne. Dann haben wir hier vorne die Kamera. Seht ihr die? Ja. Doch, müsste man sehen können. Sie ist auch deutlich schwerer. Ich kann nochmal die andere Drohne zum Vergleich nehmen. Huch. Die ich hier noch, boah, dummerweise zum Laden dran habe. Das hier wäre die andere Drohne. Also man sieht hier schon einen deutlichen Unterschied. Die ist auch nicht unbedingt, glaube ich, dafür geeignet, dass sie drinnen fliegen kann. Die ist dann wirklich für draußen geeignet. So. Ja. Es wiegt auch deutlich mehr. Und das noch ohne Akku. Das muss man noch dazu sagen. Ich stelle sie auch erstmal hier hin. Nicht schon kaputt machen. Vor dem ersten Flug. So. Dann kriegen wir natürlich noch eine Fernbedienung zugeliefert. Die sogar Antennen dran hat. Also. Die fühlt sich auch ein bisschen wertiger an, als die, die wir vorher hatten. Hier kommen dann noch Batterien rein. Da müssen wir auch nochmal schauen. So. Dann haben wir hier noch. Den Akku. Zum Aufladen. Der dann in die Drohne gesteckt wird. Ne. Der kommt dann einfach. Hier hinten ran. Und dann können wir den einfach hier reinschieben. Muss ich jetzt natürlich auch erstmal aufladen. So. Dann gucken wir nochmal weiter. Was wir hier noch haben. Dann haben wir hier noch Ersatzpropeller. Auch nicht schlecht. Falls dann doch mal einer kaputt geht. Das passiert schneller als man denkt. Habe ich bei der anderen Drohne ja schon erfahren dürfen. Und dann haben wir hier noch ein paar kleine Schrauben. Da weiß ich noch nicht wofür. Achso. Wahrscheinlich für die hier. Ja. Ja. Das sieht zumindest so aus. Da können wir jetzt hier rein theoretisch noch wahrscheinlich irgendwie diese Schutzteile. Ja. Hier sind kleine Vorrichtungen. Da wird man die dann festschrauben. damit man so ein bisschen Schutz noch für die Propeller dann hat. Falls die Drohne doch mal irgendwo runter fliegt. Dann knallt sie ja direkt mit dem Propeller rauf. Und so würde sie halt erst mal hier drauf knallen. Das wirkt auch stabil hier. Also da wird nicht so schnell was passieren. Glaube ich. So. Und dann haben wir hier noch das Ladekabel. Allerdings natürlich nur ein USB-Kabel ohne Stecker. Und das kann man dann einfach. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich es hier richtig rum ran stecke. Aber so müsste es eigentlich dann hier rankommen. Ja. Steckst du dann einfach in dein Handy-Ladegerät rein. Wenn du so einen Stecker hast zum rausnehmen. Ja. Das sind erst mal so. Das ist erst mal das, was hier in der Kiste drin ist. Jetzt muss ich mir natürlich bei dem Modell wirklich die Anleitung noch mal ganz genau durchlesen. Weil ich will es ja auch nicht gleich beim ersten Flug kaputt machen. Das wäre sehr schlecht eigentlich. Das hier habe ich noch gesucht. Man kann hier dann auch das Smartphone reinklemmen. Gucken wir mal. Meins passt da jetzt nicht ganz rein. Oder kann man das noch weiter rausziehen? Kann man noch weiter rausziehen? Na klar. So. Das ist hier mein altes S7 Smartphone. Das passt hier auch perfekt rein. Damit man dann auch gleich das Bild von der Drohne sehen kann. Das ist natürlich top, dass das auch hier sogar mit der Schutzhülle reinpasst. Ja. Wir werden sehen. Ich bin wirklich gespannt auf den ersten Flug. Denn wie gesagt ist das ein bisschen ein größeres Modell. Also das hat halt auch eine Flugzeit von 16 Minuten. Soll das haben können. Die andere war jetzt, ich weiß gar nicht, sieben Minuten oder so. Und wir haben eine Echtzeitübertragung der 1080p Kamera. Da werden wir wahrscheinlich uns wieder mit dem WLAN verbinden müssen. Denn die Drohne wird wieder ein WLAN aussenden. Da gehen wir dann mit unserem Handy rein. Und dann sehen wir das Bild. Das werde ich schon mal ausprobieren. Und was auch ganz interessant ist, ist, dass die Drohne mit GPS ausgestattet ist. Damit sollen wir die Drohne oder soll die Drohne halt eben auch wirklich immer zurückfinden können. Ich bin gespannt auf den ersten Flug. So. Ich bin dann mit der Drohne mal zu einem Modellflugplatz gefahren. Zusammen mit einem Drohnen-Experten. Vielen Dank nochmal für die Unterstützung. Da haben wir nämlich mal ein paar Testflüge mit der Drohne gemacht. Und haben das Ganze dann auch mit einer anderen Drohne noch gefilmt. Damit wir euch hier mal ein paar gute Einblicke zeigen können. Vor dem ersten Start muss man die Drohne noch einmal kalibrieren. Und zwar den Kompass. Dafür nimmt man die Drohne in die Hand. Streckt die Hand aus oder den Arm. Und dreht sich einmal um die eigene Achse. Und das Ganze macht man zweimal. Einmal die Drohne senkrecht, einmal die Drohne waagerecht. Und danach ist der Kompass kalibriert. Und das ist super wichtig, weil sonst die Drohne nämlich nicht so perfekt ihre Höhe halten kann. Das hat mich nämlich sehr überrascht. Denn die Drohne schwankt wirklich nicht. Sie hält sich gerade in der Luft. Und das ist gerade für Einsteiger sehr, sehr wichtig. So kann man mit der Drohne wirklich gut fliegen. Und ich bin wirklich ein Drohnen-Einsteiger. Ich habe jetzt noch nicht so viele Drohnen in meinem Leben geflogen. Ich glaube, so viele Drohne, wie ich an diesem Tag geflogen bin, bin ich noch nicht geflogen. Ich durfte nämlich noch ein paar andere Drohnen testen. Und von daher kann ich das jetzt schon ganz gut beurteilen, dass die sich wirklich super in der Luft hält. Man sieht das ja hier. Das macht sich alles alleine, ohne dass ich da eingreife. Der Start ist auch relativ einfach. Man drückt die beiden Joysticks nach links unten und einen nach rechts unten. Dann starten die Rotoren. Und gestartet wird dann einfach per Knopfdruck. Man braucht nur einen Knopf drücken und dann hebt die Drohne ab und steht dann erstmal sauber in der Luft. Dann kann man natürlich die Höhe ändern, ein bisschen hin und her fliegen. Das funktioniert alles super. Auch der kopflose Modus ist super. Da kann man ein paar coole Tricks damit machen. Ich habe mich das noch nicht wirklich so getraut. Ich war froh, dass ich nicht abgestürzt bin mit der Drohne. Das wäre dann nämlich ein bisschen peinlich gewesen. Wir sehen jetzt hier auch nochmal ein paar Onboardaufnahmen der Drohne selber. Also die Kamera, die da drin verbaut ist, ist eine 1080p Kamera. Das ist vollkommen in Ordnung. Man sieht allerdings auch, dass das Bild teilweise ein wenig ruckelig ist. Das liegt an der WLAN-Verbindung, die zum Handy aufgebaut wird. Denn dorthin wird das Bild übertragen und man kann es dann auf dem Handy aufzeichnen. Das Problem ist halt eben, wenn eine Specherkarte eingebaut wäre, glaube ich, hätte man ein deutlich flüssigeres Bild. Aber für 100 Euro kann man das an der Stelle nicht erwarten. Das ist so ein kleiner Kritikpunkt noch. Aber man sieht, man kann auf jeden Fall deutlich was erkennen. Und man hat halt eben auch dieses Live-Bild immer auf der Kamera oder auf dem Handy, was man ja unter der Fernbedienung dran macht oder reinklemmen kann. Das funktioniert schon super. Und von daher auch wirklich nur ein kleiner Kritikpunkt an dieser Stelle. Man muss allerdings bedenken, dass diese Drohne wirklich für den Einsatz draußen gedacht ist und nicht in der Wohnung. In der Wohnung wird die auch gar nicht richtig funktionieren. Dadurch, dass sie ein GPS-Signal sucht, ist das halt ein bisschen schwierig, das in der Wohnung zu kriegen. Daher muss man da raus. Und die Drohne lässt sich auch ohne GPS-Signal nicht starten. Das habe ich auch festgestellt. Ja, ansonsten kann ich sagen, ist das wirklich ein super Produkt. Es kostet 100 Euro, ja. Aber wer wirklich einen guten Einstieg in die Drohnenwelt haben möchte und einfach mal so ein bisschen ausprobieren möchte, für den ist diese Drohne einfach super geeignet, weil sie sich wirklich total gut fliegt. Sie steht sauber in der Luft. Man muss eigentlich gar nichts machen. Man muss nur Knöpfe drücken. Auch die Wegfindung zurück, es funktioniert wirklich super. Man sagt vor dem Start einmal, hier ist dein Homepoint und startet dann. Und wenn man dann wieder dahin zurückfliegen will, drückt man einfach auf Fliege nach Hause und die Drohne fliegt wirklich zu diesem Punkt zurück. Wie habt ihr gesehen, wir hatten da so eine kleine Plane ausgelegt, damit wir das auch ganz gut sehen können. Also es war wirklich auch wieder dieser Punkt. Die Drohne ist wieder auf diesem Punkt gelandet. Ja, das war jetzt unser Produkttest zu dieser Drohne. Ich kann eine Kaufempfehlung geben. Wenn ihr bestellen möchtet, ist der Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr darüber bestellt, dann unterstützt ihr auch noch diesen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle. Vielen Dank auch für die tolle Unterstützung für dieses Video. Ich glaube, das ist das aufwendigste Video oder das auswendigste Testvideo, was wir auf unserem Kanal bisher hatten. Deshalb auch vielen Dank nochmal für die Unterstützung. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Ciao. Euer David von meinika.de Bis zum nächsten Mal.